Ja, wenn ich hier stehe, möchte ich euch einen neuen Vorspieler vorstellen. 21 Jahre alt, 2 Meter und viel groß, aktueller schwedischer Nationalspieler, ein Riesentalent, der hat für drei Jahre unterschrieben. Herzlich willkommen in Flensburg, Simon Jebsorn. Und unser neuer Spieler ist Simon Jebsorn. Simon Jebsorn. So, Simon, was ist das Gefühl, wenn du hier in der Flens Arena standst? Es ist ein Traum, natürlich, zu spielen hier in Flensburg, in einem der Welt's besten Teams und an unglaublichem Rund. Ich bin so glücklich und stolz. Ja, ich freue mich auf die nächste Saison. Einmal Flensburg, immer Flensburg. Da geht es Ihnen, Simon. Das hat ich Ihnen, Simon. Und das ist alles zulegen. So, ich stehe hier wieder mit einem Blumenschrauben, der ist mir auch besonders wichtig. Und wir haben heute wieder gesehen, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Für mich ist er nach wie vor und bleibt einer der weltbesten Tore. Der hat verlängert um ein Jahr Matthias Andersson. Matthias Andersson. Matthias Andersson. Und wir sind jetzt noch Matthias. Matthias Andersson. Matthias Andersson. Das war zu leise. Matthias Andersson. Matthias Andersson. Александرك Dumas syn helt öffnen. Untertitelung des ZDF, 2020